Hallo, grüß euch. Wir haben den neuen von Tanaforni Produktkatalog bekommen. Den möchte ich euch kurz zeigen und dann sind wir fertig. Es ist eine sehr gut technische aufgebaut Broschüre mit vielen Bildern drin, das heißt es kann auch jeder perfekt lesen. Rund um Atom haben wir dann im hinteren Bereich das Zubehör, alles was so an Grill- und Backzubehör benötigt wird und der perfekte Tabellabend. Jahrische Aufstellung aller Öfen inklusive Gewicht, Pizza, Anzahl, wie viel Pizza das mir noch einen Ofen reinbringt, Backfläche und Brotmengen.